Moin Moin von Aida Luna. Wir sind auf dem Weg von Nassau nach Amber Cove, die man unschwer kennen kann. Heute 31. Oktober und es heißt Halloween. Monster, Vampire und Blut. Hi, wir sind auf der Aida Luna. Wir feiern heute Halloween. Es macht richtig Spaß. Ihr seht super aus. Stimmung ist super. Man kann so richtig die Samen rauslassen. Und wir feiern Halloween und es geht mega ab. Aida Luna Halloween Party. Und was essen wir jetzt? Hallo, mein Name ist Walter Tawiewel und mein junger Wilderteller nennt sich Rübenvielfalt. Es ist eine Kombination aus Rüben und Quen.